Haben wir noch Kupfer oben? Ja ne? Äh, stimmt. Drei Stück noch. Fuck reicht nicht. Och Renny, warum hast du das meiste Kupfer verbraucht? Ich habe jetzt einen Alumate Hammer, verstärkt 3. Halbbarkeit 6500. Abbaulevel Kobold. Okay. Großgeschwindigkeit muss da noch ein bisschen drauf. Könntest du mir auch einen machen? Äh, ja, kann ich später tun. Okay. Dann bist du heute mal derjenige der am Farm ist und ich bin der, der zusammen bastelt. Ich habe das übrigens extra gemacht, dass ich hier hinten nochmal einen extra Raum gebaut habe. Dann haben wir nämlich Platz um, ähm, ähm... Dann haben wir nämlich Platz um ein, äh, Dings zu machen. Um ein, ähm... Boah, das Himmel bringt mich grad voll raus. Martin, ich will das PvP an ist. So... ... 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 Ein bisschen Gold, dann noch verrösen, dann noch ein bisschen Kupfergut. Sehr schön. Sehr schön, Leute! So, jetzt macht das Farben noch viel mehr Spaß. Jetzt muss ich aber mal gucken. Einen Ton habe ich, glaube ich, da reingetan, genau. Nämlich, glaube ich, den 58er-Steck hier. Schöne viele Sachen da drauf. Ah. Tank hier drückt mit. Lava nochmal drücken. Ah, was brauchen wir denn jetzt noch? Ah, komm, der Spiel muss schon mal eben zur Wii U. Da bin ich mir nämlich gerade nicht sicher. Jetzt fährst du René gleich noch an der Wii U. Ui! Juhu! It's me, Mario! Nee, it's me, René! Okay. So. Dann stelle ich nämlich jetzt gleich mal die nächsten Kapazitäter-Banks her. Und Castro! Äh, Castro! Äh, Castro! Entschuldigung! Castro! Danke dir fürs Follow! Hm, ich brauche mal wieder Gold! Und zack, 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 und ja! Elektrum, da kann man doch auch einigermaßen was mit anfangen, Elektrum. Also, grad später kann man damit wirklich viel anfangen. Ach! Vier. So. Hoppa, hoppa! Un, dos, tres! Da steht die Tante Maria, un, dos, tres! Was will die denn da? Ach, Quatsch! Erstmal der Redstone-Block. Mach doch einfach, was ich will, du da, du da! Mal. So, da kann er jetzt erstmal voller haben, ne? Jo. Zwei Millionen. Dauert ein bisschen bis das voller ist. Und ich kann noch so den ein oder anderen machen. Oh! Haben wir noch einen Redstone. Er ist ja grad AFK. Das heißt, er kann's mir nicht beantworten. Hm, Redstone sieht schlecht aus. Das heißt, was ich jetzt mal machen kann. Hallo, Mr. Endermaner. Was macht ihr bei unserem Huhn? Was ich mal machen könnte, ist... Hm. Dann scheint später hier die Leitung lang lege, also unten lang. Dass ich hier die Turtle, äh die Query laufen lasse. Da brauche ich dann... Reicht nicht, verdammt. Da muss ich mal unten gucken, dass ich irgendwie an Redstone komme. Ähm, das anständige Lager kommt und zwar so wie wir Zeit und Muße haben. Ich sollte übrigens auch mal die Dings mitnehmen. Die... Turtle. Äh, das Lager kommt so wie wir ein anständiges ME-System haben. Und das ist eigentlich immer eins der ersten Sachen, die wir bauen. Oh, da haben wir noch Kohle. Geil! Da haben wir noch ein bisschen Kupfer. Da haben wir noch ein bisschen Gravel. Da haben wir noch ein bisschen Kohle. Ähm, dann machen wir unser ME-System später mit Autocrafting. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wird die Zukunft zeigen. Ähm... So weit sind wir noch nicht. So weit sind wir noch nicht. So weit sind wir noch nicht. René? Ja? Könnte sein, dass ich gleich mal ein bisschen Hilfe brauche. Warum? Bei zwei Creepern, die hier in unserer Base stehen. Du sollst doch nicht mehr so viel Einladung verschieben. Doch du brauchst keinen Hilfe mehr. Nee, der eine Creeper hat den anderen Creeper gekeilt. F7. Ach. Hi, Oppen. I'm fine. Au! Tu doch keine Not, du blöde Lohe. Wir haben eine Frostlohe bei uns. Ach, HG! Zum Glück kann sie nicht zielen. Ich habe eine Blizzroth. Ich habe eine Blizzroth. Warum ist der bei null? So, sorry but... So sorry... So sorry, aber... You all can see that there were... have visitors. Also zur Info Open ist ein Stammzuschauer von uns, von mir besser gesagt, aus Dänemark. Excavate. Ja, ich habe jetzt die Turtle angeschmissen, dass die Excavate hat, also dass sie ein Loch gräbt. Ja, ich denke dran, du musst in der Nähe sein, sonst... Ja, ja, ja. Ich gucke jetzt gerade, Eisengold, haben wir jetzt keines mehr. Duraluminium. Oh. Vielleicht Kohle mitnehmen sollen. Ja, wir haben sowieso Kohlemangel. Echt? Ja. Wir haben im Moment so gut wie keine Kohle mehr. Oh, die Endermänner gehen mir auf den Sack. Ja, wir haben ein zweites Huhn. Warte mal. So, erster Endermann aus dem Hühnerstall raus. Unser Endermann fährt im Hühnerstall Motorrad. Und der Janine... Motorrad. Dürfst du? Äh, wat? Warum so sterben? Endermann verjagen. Aus Hühnerstall. Ja, aber dann brauchst du doch nicht sterben. Äh, scheiße, jetzt habe ich den aus Versehen angeguckt. Gut. Gut, dass du weg bist. Okay. Ich wollte noch ein paar Fackeln machen. Das waren ein paar viele. Na gut, ich könnte hier noch ein paar Fackeln brauchen. Äh, ich brauche das Schwert auf der 3. Ich brauche die Spitzhacke auf der 4, die hier. Äh, open, just wait a few seconds. Ähm... I'm back soon. 64 Gold Nuggets hatte ich noch dabei. Einmal... Das war schon. Gut. Gold brauche ich ehrlich gesagt momentan zumindest, nicht mehr. Okay. Äh, Charu, can you explain me how the smeltery works? Like what each individual thing on it does. Äh, the smeltery, äh, boah. It's hard to explain in English. So, auf jeden Fall haben wir jetzt zwei Hühnchen. Löschen, löschen, löschen. Schließen. Schließen. Hallo, Stefan. So, äh, ich mach mir mal hier einen Wegpunkt. Neu, ho. Speichern. Wollte mir vielleicht gleich auch mal zu Hause einen Wegpunkt machen. You understand everything I said. Okay. Ähm, well then, äh, the smeltery, it's, ähm, ähm, smeltery ist da ein Multi-Block, ne? Ja, nicht direkt. Multi-Blocke sind eigentlich die, die sich miteinander, äh, verbinden zu einem anderen Block. Okay. Die, äh, Reaktor ist zum Beispiel ein Multi-Block. Mhm. Ja, wie, 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 wie soll man, wie soll man die smeltery denn erklären? Ha, das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ja, funktioniert wie ein Ofen, nur dass er äh, äh, mehrere Ärzte auch miteinander kombinieren kann. Und jetzt in Englisch. Patrick? Was hab ich denn jetzt gesagt? Äh, ich hab keine Ahnung, ich hab dir nicht zugehört. Ja, du bist gut. Nee, Quatsch. Ähm, ähm, äh, 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 such a thing like, äh, 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 Multi-Block. Yeah, Sie werden dann auch diesen, äh, eieren und, äh, passieren. I don't know the English word for aluminium, you can combine it in the smeltery to a new metal it calls alumite and it's harder than diamond. Ja, nach so normal. Und ja. Obere, obere Kiste. Erste Reihe obere Kiste, genau. Ich brauche ein paar Umstimmungen. Nee, das habe ich nicht. Willst du dir oben auch ein paar Tische hinstellen? Nee, ich wollte kein Fass machen auf den Koppel. Hm. So, was wollte ich denn jetzt machen? Wie voll? 400.000, die 2 Millionen kriegt er normalerweise nicht voll. Aber komm, egal. Ähm. Stimmt, ich brauche Redstone. Stimmt, ich brauche eine Truhe. Shit, ich brauche sogar ganz dringend eine Truhe. Eine... Eisen... Äh, wie viel Gold hast du, René? 11... Äh, warte, 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 warte. 11 RC, oben in der Truhe. Reicht, reicht, reicht. Ich habe genug. Kann ich nämlich jetzt eine Goldkiste machen. Dann brauche ich jetzt zwei Diamanten und, äh, Glas. Hier haben wir viel Glas. Dann kriegt nämlich die, äh, Turtle eine Diatruhe hingestellt. Und ja, ich weiß nicht so viel mit, ähm, Kristalldrohnen machen. Und dann... Diamond Chest. Und jetzt haben wir ein Crystal Chest. Ach, mit dem scheiß Baumhut... Baumhutholz geht auch nicht. Was? Äh... Ich brauche eine Goldstufe. Komm. Ach, warte mal. So. Freunde. Sag mal, es gibt ja, äh, beleuchtetes Glas, ne? Das habe ich ja schon verbaut. Mhm. Gibt's auch beleuchteten Boden? Mhm. Keine Ahnung. Außer, dass du zwischendurch mal so vor diesen komischen Lampensteinen da reinsetzt. Keine Ahnung. Wüsste jetzt nicht, ob es das gibt. Äh, achso, ja, ich muss jetzt, ähm, bisschen Lehm brennen. Äh, hab ich dabei. So. Gucken wir mal. So, ähm, wie gehabt, ähm, nochmal ganz kurz der kleine Hinweis. Äh, ich weiß nicht, ob, äh, ob es alle schon mitbekommen haben. Äh, wir betreiben auch einen kleinen YouTube Channel. Ein bisschen Eigenwerbung, hust hust. Ähm, etwas weiter unten habt ihr einen Link zu dem YouTube Channel. Ähm, da werden wir jetzt in nächster Zeit auch ein paar Projekte starten. Was, wenn ihr viel, viel Platz sparen wollt in euren Kisten, wäre doch Caches nicht schlecht, oder? Sind eigentlich nicht teuer und funktionieren später auch mit ME. Was ist denn? Was ist denn? Caches? Ach meinst du, ähm, Kisten? Thun? Thun. Castro. Äh, Castro. Ich will immer wieder Castro sagen. Sorry. Ja. Mama, Uah. Dann haben wir keinen Verbesserden bei mir. Ich bin hier drin. Fertig. Überset. Das war die Begevrn. Wirklich. Wirklich. Und dann ist das präsent.